mit den firmware update 03 1527 hat eg endlich das heiß ersehnte firmware update rausgebracht was dolby vision gaming mit 120 hertz auf dem eg c1 und g1 ermöglicht ja und den eg c1 hatte ich aber mir hier schon auf dem kanal in meinem großen review video und habe dazu ja auch ein großes bild einstellungsvideo gebracht und dementsprechend fühle ich mich natürlich jetzt in der pflicht für dieses neue dolby vision gaming euch meine bild einstellung zu präsentieren ja und in diesem sinne grüße ich euch hier auf tagtrakster.de zu einem neuen video ja bei diesem video handelt es sich um ein update video das heißt dieses video basiert auf dem vorherigen großen bild einstellungsvideo was ich vor ungefähr zwei drei wochen gemacht habe in diesem großen bild einstellungsvideo gibt es einen teil wo ich euch zeige die vorkommission oder die grundkonfiguration des eg c1 die solltet ihr auf jeden fall vorab durchgeführt haben bevor ihr jetzt diese bild einstellung hier übernehmen solltet bei diesen bild einstellungen handelt es sich um eine persönliche referenz das bedeutet ich habe diese bild einstellung nach meinen persönlichen sehempfinden eingestellt hier geht es nicht unbedingt darum dass ich meine bild einstellung unbedingt nach der norm festgelegt habe da habe ich ja schon so einige nette kommentare in unter dem letzten video gesehen es geht nicht darum dass ich hier explizit um das perfekte bild was irgendwelche normen vorschreiben mich quasi darum angel sondern es geht darum dass es für mich persönlich angenehm ist dass ich spaß mit dem fernseher habe und ich teile diese bild einstellen natürlich gerne mit euch es gibt natürlich bei meinen bild einstellungen so einige eckpunkte die aus meiner sicht aus der technischen sicht pflicht sind so einzustellen um beispielsweise die lebensdauer des oled fernsehers zu verlängern also ihr könnt diese bild einstellung natürlich für euch übernehmen ihr könnt sie ausprobieren ihr könnt sie auch nach euren empfinden anpassen es kann ja als leitfaden dienen in diesem sinne würde ich sagen ich wünsche euch jetzt viel spaß und ihr lehnt euch zurück und ich lege los ja bevor ich jetzt mit den bild einstellungen anfangen möchte ich ganz kurz erzählen wie überhaupt dolby vision gaming verwenden könnt dolby vision gaming geht aktuell nur mit dem ag c1 und g1 mit 120 hertz mit dem ag cx gx oder mit anderen oled fernsehern die dolby vision unterstützen könnt ihr dolby vision gaming mit 60 hertz verwenden problem ist nur bei den anderen fernsehern die dort natürlich noch keine spieleoptimierung haben dass der input lag ins absurde steigt also dort habe ich schon einige selbst einige tests schon durchgeführt die haben festgestellt habe ich festgestellt wenn jetzt nicht ein spielmodus mit dolby vision explizit kombiniert ist dass der input lag schon fast in ja also ich sag mal im sekunden bereich ist also das ist wirklich teilweise so extrem kommt auf das fernsehmodell an da solltet ihr das auf jeden fall wissen ihr könnt es damit ausprobieren aber ihr solltet auf jeden fall im klaren sein dass ihr den input lag damit habt habt ihr jetzt aber einen ag c1 oder g1 mit dem jeweiligen firmware update was dieses dolby vision mit 120 hertz freischaltet habt ihr dieses problem natürlich nicht da der ag an dieser stelle den spieleoptimierer für dolby vision herausgebracht hat und um dieses thema geht es jetzt hier in diesem video explizit ich zeige euch wie ihr den bild modus spieleoptimierer für 120 hertz der vision konfiguriert und wie ihr den spieleoptimierer also das tool spieleoptimierer veranwendet unter dolby vision gaming denn ag hat da einige veränderungen vorgenommen ja dann solltet ihr natürlich noch wissen dass das dolby vision gaming auf der xbox us x und xbox us aktuell nur für xbox insider tester verfügbar ist wann microsoft das update raus bringt dass alle xbox us x besitzer das verwenden können steht noch aus aktuell ist in planung wohl herbst bis weihnachten 2021 aber schön ist ihr könnt alle insider tester werden auf eurer xbox us x oder es könnt ihr den xbox insider hub installieren über dem microsoft store der ist kostenlos ihr könnt auch kostenlos daran teilnehmen dann seid ihr quasi beta tester aber achtung wenn ihr beta tester werdet nehmt ihr euch natürlich auch einige fehler vielleicht mit die ihr sonst nicht habt da die firmen wäre auf der xbox us x oder es noch nicht final ist aber dementsprechend könnt ihr trotzdem netz das dolby vision gaming mit 120 hertz schon verwenden und ausprobieren dolby vision gaming funktioniert mit allen spielen die auch in hdr ausgegeben werden können das tonemapping passiert nämlich auf der xbox nicht am fernseher dementsprechend ist das vollkommen möglich dass der die xbox us x stand einfach hdr umwandlung durchführt eine dolby vision umwandlung durchführt dementsprechend es ist nicht daran gebunden welches spiel ihr verwendet wichtig ist nur dass es in hdr ausgegeben werden kann naja auf jeden fall beginnen wir jetzt mit den bild einstellungen das erste was ihr an eurer xbox us x bzw s aktivieren solltet ist natürlich dolby vision zulassen das ist ganz wichtig weil sonst funktioniert natürlich die dolby vision ausgabe beim spielen nicht ansonsten würde die xbox us x bzw s das spiel natürlich dann wieder in hdr ausgeben das ist eine wichtige konfiguration die ihr durchführen müsst und wie gesagt die c1 grund einstellung aus dem großen bild einstellungsvideo müsst ihr vorgenommen haben bevor ihr dolby vision gaming verwenden könnt wichtig ganz wichtig sonst kann es nämlich sein dass vielleicht irgendein hdmi anschluss das dolby vision gaming nicht unterstützt also bitte explizit diesen teil des vorherigen videos anschauen okay also wenn ihr das jetzt aktiviert habt und die neue firmware auf eurem eg c1 oder g1 explizit beziehe ich mich jetzt hier auf den eg c1 dieses video ist für den eg c1 vorgesehen installiert habt dann habt ihr nun ein neues spiele dashboard also wenn der fernseher ein dolby vision gaming signal erkennt dolby vision mit 120 hertz das ist das sogenannte dolby vision signal oder dolby vision gaming signal aktiviert der fernseher den spiele modus automatisch und dann seht ihr gleich dieses neue spiele dashboard dieses spiele dashboard ist bei jedem spiele optimierer dabei das heißt auch wenn ihr mit eurer playstation 5 beispielsweise spielt und den spiel im optimierer verwendet und diese neue firmware installiert habt seht ihr dieses dashboard das ist aber jetzt neu bei dem neuen firmware update finde ich ehrlich gesagt eine tolle sache da habt ihr nämlich die möglichkeit hier zu sehen wie viel frames der fernseher gerade entgegen bekommt wie viel wieder eine schwarz stabilisator eingestellt habt ob er das den niedrigen im projekt verwendet und hier an dieser stelle und darum habe ich das hier explizit geöffnet vor er bzw amd freezing premium mit dem neuen firmware update unterstützt der eg c1 nämlich auch amd freezing premium für dolby vision das ist ein neues detail und da muss ich sagen an dieser stelle das solltet ihr deaktivieren da kommen wir aber gleich noch zu dass ihr einfach wisst warum ich hier vr stehen habe warum ich vr dafür empfehle das erfahrt ihr wie gesagt im späteren teil des videos was sie auf jeden fall noch wissen sollte ist der eg c1 auch die vorherigen die oled tvs aus 2020 und 2019 haben ja das problem mit der vr darstellung bei 120 hertz das ist auch bei dolby vision gaming also wenn ihr 4k dolby vision mit 120 hertz dem eg c1 zuführt mit vr habt ihr das gleiche schwarz problem aber das ist keine große katastrophe ag hat nämlich gute optimierung am spiele optimierer vorgenommen dass dieses problem quasi schon fast non existent geworden ist das ist noch wesentlich besser als das was ich noch in meinem review video gesagt habe das will ich jetzt hier an dieser stelle schon mal betonen auf jeden fall wenn ihr jetzt dieses dashboard hier seht und ihr wollt in dieser haupt einstellungs ins haupt einstellungsmenü kommen vom eg c1 dann müsste hier auf alle einstellungen klicken na genau an dieser stelle dann öffnet sich das ganz klassische menü welches wir schon vom letzten bild einstellungsvideo kennen und da sehen wir schon dass der fernseher automatisch und vollkommen richtig den dolby vision spiele optimierer modus startet denn alles andere macht bei dolby vision gaming 120 hertz keinen sinn aufgrund des ultra hohen input lags der spiele optimierer ist hier sehr gut darauf optimiert einen möglichst niedrigen input lag zu fahren er ist nicht so gut wie bei hdr das kann ich gleich schon sagen aber vollkommen verwendbar ok also da bitte nichts daran umstellen spiele optimierer ist die einzige option die ihr hier habt natürlich ihr könnt auch einen anderen bild modus verwenden aber dann wie gesagt nur mit den genannten nachteilen ok dann gehen wir jetzt in die erweiterten einstellungen zum richtigen spiel optimierer also zum tool spiel optimierer kommen wir gleich noch erstmal die grundeinstellungen erweiterte einstellungen und dort haben wir jetzt hier wieder helligkeit farbe klarheit da beginnen wir mit helligkeit und hier habe ich das die helligkeit der oled pixel nicht zu verwechseln mit der bildschirmhelligkeit bei der bildschirmhelligkeit stellt ihr die helligkeit der farben ein das heißt zwischen schwarz zwischen weiß schwarz und den jeweiligen farbstufen stellt er die helligkeit der farbintensität an bei den helligkeit der oled pixel stellt ihr die leuchtintensität der pixel ein also wie hell sie leuchten sollen das ist ein signifikanter unterschied der hier natürlich etwas irreführend ist so bei dolby vision IQ bei den neuen Dolby Vision IQ oder bei den modernen LG OLED TVs ist es natürlich so dass Dolby Vision dort mit einer hohen oled pixelhelligkeit gefahren werden sollte das hat natürlich den nachteil ein wenig dass ihr dadurch die oled pixel etwas höher beansprucht und der verbrauch der oled pixel erhöht ist was natürlich auch beim gaming vor allem bei statischen bildinhalten immer so eine sache ist denn achtung über hdmi unterstützt der ag c1 kein pixel shift das solltet ihr auf jeden fall an dieser stelle auch wissen also wer jetzt denkt ja der fernseher hat aber pixel shift statische bildinhalte werden bewegt nein das funktioniert nur im tv modus nicht über hdmi das heißt hier müssen wir aus meiner technischen sicht ein wenig oled scholen oled pixel schonender fahren dementsprechend es ist nicht viel aber immer zehn prozent oled licht weniger empfehle ich hier ihr könnt auch 100 prozent fahren wenn ihr sagt ihr wollt es ist es eure sache ich empfehle hier 90 prozent es ist nicht viel weniger ich muss aber sagen also bei dolby vision gaming muss man mindestens 90 fahren ansonsten ist das bild nicht mehr wirklich dementsprechend war es dolby vision an der stelle auch eigentlich produzieren möchte daher empfehle ich hier 90 prozent 85 hatte ich erst aber da war ich nicht zufrieden da waren die wirklich die starken kontraste zwischen dunkel und hell nicht mehr so schön knackig wie es mit 90 sind okay kontrast hier bitte auf 100 prozent alles andere lässt das bild nur ausbleichen hier ist es genauso ähnlich wie auch schon bei den klassischen dolby vision einstellungen für die für die filmwiedergabe wenn ich es richtig in erinnerung habe dort habe ich auch schon kontrast auf 100 gesetzt hier bitte hier auch auf 100 setzen also und dann die bildschirmhelligkeit ist ja wie gesagt die helligkeit der farben und hier muss ich sagen dass die optimierung vorgenommen hat was die bildschirm helligkeitsdarstellung angeht was die ja was die helligkeitsdarstellung als ich da angeht hier habe ich es jetzt geschafft tatsächlich auf 52 herunter zu gehen sonst habe ich ja mal gesagt 54 ist eigentlich das was man nehmen sollte 52 geht jetzt das heißt ihr könnt ein bisschen dunkler fahren und verliert keine details im schwarzbereich das ist aber wie gesagt nur bei dolby vision so dann gibt es tatsächlich so weiter optimierung dass ihr die details im schwarzbereich bei dolby vision so exquisit habe dass ich tatsächlich mit einem offenen mund vor dem fernseher gesessen habe dazu habe ich auf meinem zweitkanal ja auch ein video veröffentlicht wo ich meine emotionen einfach mal frei laufen gelassen habe wie gesagt die bildschirmhelligkeit empfehle ich hier an dieser stelle auf 52 dann gibt es weitere bildanstellungen könnte hier gar nicht von dem größte helligkeit tatsächlich hier nicht aufgrund der hohen bild wiederholungsfrequenz automatische helligkeitsregelung bitte aus da wir hier dolby vision iq verwenden und ihr natürlich grimmies der grundeinstellungen die einstellung vorgenommen habt so dann machen wir weiter mit den farbeeinstellungen und hier will ich für mich persönlich wieder 55 da habe ich unter den letzten bild einstellungsvideo gelesen dass meine bild einstellung ja zu bunt sein nach der norm ja das stimmt die sind nicht norm entsprechend fast die farbeinstellung angeht ich mag es nur persönlich so gerne und dementsprechend kann ich euch das ja einfach so transportieren wenn ihr wollt dass euch das zu bunt ist könnt ihr hier natürlich auch die farbtiefer 50 oder 45 runter schrauben ich muss aber sagen dass ich 55 ehrlich gesagt als super angenehm empfinde dann gehen wir noch weiter in die feineinstellung der farben und hier ist das farbe upgrade farbe upgrade funktioniert unter dolby vision gaming ehrlich gesagt gar nicht wirklich muss ich sagen also mal ich habe jetzt keinen großen unterschied gesehen ob ich das jetzt aktiviert habe oder deaktiviert habe ich empfehle euch hier an dieser stelle zu deaktivieren um vielleicht ein bisschen noch den input lag zu verbessern ihr könnt es aber ausprobieren ich habe aber da ehrlich gesagt keinen unterschied gesehen dann geht es jetzt weiter mit dem weiß abgleich und das ist eine sehr sehr wichtige sache dolby vision ist ja generell optimiert eigentlich auf eine filmwiedergabe und die filmindustrie fährt ja momentan den trend alles möglichst warm darzustellen was aus der reinen kinosicht kompletter nonsens ist und die fernseher sind natürlich dementsprechend auch alle immer super warm eingestellt und jeder kinobesitzer den ich kenne der dem rollen die fußnägel da hoch wenn ich ganz ehrlich sage das ist totaler quatsch und hier ist es natürlich auch wieder so beim dolby vision gaming ist die farbtemperatur warm 20 eingestellt aus meiner sicht totaler quatsch und ist auch nicht sonderlich oled schonend ich empfehle hier eine neutrale farbtemperatur da habt ihr nämlich ein super super balance zwischen den roten grünen und blauen bild farbton tönen und natürlich dementsprechend hat auch auch den magenta farbtönen und so weiter dass wir hier eine klare farbdarstellung haben die aus meiner sicht natürlich wirkt da empfehle ich hier farbtemperatur auf 0 so dann geht es weiter unter klarheit das findet ihr ich gehe mal kurz noch mal zurück das findet ihr hier unter den erweiterten einstellungen dann unter klarheit habe ich leider da kein foto geschossen unter klarheit muss ich sagen hat lg eigentlich schon soweit alles perfekt eingestellt bis auf die glatte abstufung schärfe bitte bei zehn belassen aufgrund der statischen bildinhalte desto höher in die schärfe einstellt desto mehr werden statische inhalte zusätzlich umzeichnet was natürlich ein burnen theoretisch provozieren kann super resolution rauschunterdrückung empfehle aus der drückung aus das ist auch von lg super richtig eingestellt alles andere erhöht nur unnötig den input lag und wir haben bei der vision ja schon ein leicht erhöhten input lag jetzt komme ich aber zu dem punkt glatte abstufungen das ist mir etwas das ist etwas was mich ziemlich geschockt hat denn unter der vision gaming neigt der fernseher tatsächlich auch zu einem art hdr bending also ein farbabstufung bending und das ist ziemlich unschön vor allem beim spiel wie gs5 ist mir das aufgefallen und glatte abstufung kann das ein bisschen minimieren aber ich muss zugeben dass diese glatte abstufung nur marginal veränderung durchführt hier muss ich sagen könnt ihr selbst entscheiden ihr könnt auch auswählen dann habt ihr noch ein bisschen besseren input lag wenn euch das nicht zu sehr stört mit dem vertikal mit dem farbbending bei spielen wie orient will of the wisps oder bei forsa oder sowas da fällt das nicht so sehr auf aber bei spielen wie gs ist mir das tatsächlich sehr intensiv aufgefallen vor allem wenn man so ganz klare blaue himmelstöne hat ist das sehr intensiv da solltet ihr für euch entscheiden ob ihr die glatte abstufung auf aus oder hoch hat mitte niedrig ist da gar nicht zu wählen an dieser stelle kann man auswählen aber es macht keinen unterschied ja dann haben wir unter dolby vision gaming 21hz natürlich keine true motion funktion macht ja auch sinn denn es sind ja 120 frames die müssen ja nicht auf 120 frames wieder aufgerechnet werden okay dann gucken wir mal jetzt geht es weiter mit dem tool spiele optimierer den ihr unter dem punkt allgemein findet allgemein spiele optimierer und dieser spiele optimierer der hat jetzt ein neues design bekommen und ich muss sagen es sieht schick aus es hat einen ziemlich es passt zum thema gaming es hat ein sehr schönes design ja muss ich einfach sagen auf jeden fall haben wir jetzt hier ganz neu die fps darstellung und das ist eine schöne sache da kann man auch so ein bisschen selbst beobachten wenn das vr problem eintritt und zum thema vr kommen wir jetzt vr und freesync gibt es natürlich bei dem agc1 zum einstellen freesync ist eine sache die kommt aus dem pc bereich und ist prinzipiell keine verkehrte sache nur sie hat nicht so eine schöne große breite range in dem variablen bild wiederholungsfrequenzen vr geht voll bis hoch bis 120 hertz ich verstehe schon warum ag hier standardmäßig freesync einstellt dann haben wir nämlich die schwarz problem problematik nicht aber freesync ist im verhältnis zu vr total im nachteil und wenn ihr die bessere darstellung haben wird ist vr hier zu wählen daher haben wir jetzt natürlich die möglichkeit wenn wir vr zu aktivieren wenn wir vr aktivieren dass wir hier den schwarz stabilisator ist jetzt leider hier ein bisschen doof fotografiert und den weiß stabilisator entsprechend anpassen hier muss ich sagen dass ag so gute optimierung vorgenommen hat dass diese bild diese einstellungen fast nicht mehr optimiert werden mussten also ich musste hier den schwarz stabilisator tatsächlich nur um drei stellen weiter nach oben schrauben um etwas mehr die details im schwarzbereich herauszuarbeiten in kombination mit der bildschirmhelligkeit 52 die ich ja vorhin gezeigt habe den weiß stabilisator können wir auf 10 belassen wirklich also die standard einstellung war schon ziemlich gut ich empfehle hier den schwarz stabilisator um drei punkte weiter nach oben zu setzen wesentlich wichtiger dazu kommen wir gleich hier haben wir noch das spiele der sport das weiß wer zu beginn des videos hier gezeigt hatten das könnt ihr hier auch abschalten also wenn euch das total nervt und ihr dieses menü total hässlich findet könnt ihr es hier auch abschalten ich habe es bei mir mal angelassen weiter geht es jetzt hier genau hier könnt ihr jetzt erstmal den spieleton aktivieren empfehle ich verbessert den spielsaunt erheblich aus meiner sicht hat ag hier auch noch mal einige optimierungen vorgenommen dann ist hier der der und der die einstellung zu treffen vr oder amd freezing denn wenn ihr in xbox series x verwendet und amd freezing aktiviert fährt sie natürlich mit freezing und das wollen wir an dieser stelle nicht bitte ein deaktiviert amd freezing premium wenn ihr die volle fähigkeiten der variablen bildwiederhungsfrequenz nutzen wollt also daher bitte einfach vr und g-sync aktivieren so jetzt kommen wir natürlich dann in die problematik ich hatte eigentlich gehofft dass dieses vr problem mit dolby vision gaming sich damit verabschiedet aber nein wenn ihr ein 4k 120 hertz signal mit dolby vision ausgibt habt ihr trotzdem die probleme im schwarzbereich wenn die wiederholung mit bildwiederholungsfrequenz des spiels zwischen 110 fps und 120 fps schwankt dann kommt es zu schwarzen bildflackern so dieses schwarzen bildflackern können wir aus herausarbeiten indem wir den schwarz stabilisator auf 13 sätzen den ball stabilisator auf 10 die bildschirmhelligkeit auf 52 und die dunklen die feinerstellung der dunklen bildbereiche also das fine-tune dark areas was wir hier an der stelle haben auf minus fünf sätzen mehr bitte bei dolby vision nicht alles andere wird nur schwarz und ihr bekommt ein black quash mit den bild einstellungen habe ich bis jetzt das beste gaming bild herausgeholt aus dem gc1 es ist das beste was ich bis jetzt einfach gesehen habe muss ich hier in diesem video auch noch mal ganz explizit sagen ja und daher wenn ihr könnt natürlich mit dem feineinstellungen im dunklen bereich noch ein bisschen rumspielen wenn euch das vielleicht noch zu hell ist ich muss sagen dass ich hier wirklich festgestellt habe dass das schwarz wirklich tief schwarz ist aber dennoch details herauslässt vor allem wie gesagt auch bei gs5 das habe ich in diesem zusatz video auf dem zweitkanal habe ich das ja gezeigt das ist wirklich sehr gut gemacht also das ist hier ja kann ich nur sagen zu so solltet ihr das auf jeden fall einstellen ja und damit sind wir am ende dieses videos angekommen und wie gesagt diese bild einstellung könnt ihr verwenden für dolby vision gaming mit 120 hertz ihr könnt sie auch verwenden für dolby vision gaming mit 60 hertz aber bitte nur bei dem gc1 und bitte nur beim spiel optimierer nicht verwenden beim dolby vision mit standard modus lebhaft modus und etc diese bild einstellung sind explizit nur für den agc1 und dem spiel optimierer vorgesehen alles andere würde die bild einstellung komplett verziehen ja ihr könnt wie gesagt diese bild einstellung übernehmen müsste es aber nicht diese bild einstellung basieren auf meinem persönlichen empfinden und nach meiner fachlichen expertise optimiert das heißt ihr könnt wie gesagt für euch selbst entscheiden ja probiere ich mal aus mal schauen wie mir das gefällt und ihr könnt ihr auch selbst noch mal optimieren ja wenn euch dieses video gefallen hat dann gibt dem video auf jeden fall einen daumen nach oben und wenn ihr keine weiteren bild einstellungs videos mehr verpassen wollt oder allgemeinen videos rund um tv oled heimkino und co dann solltet ihr das kostenlose abonnieren des kanals nicht vergessen und natürlich das aktivieren der glocke ansonsten würde ich sagen ich wünsche euch weiterhin viel spaß mit eurem oled und wir hören und sehen uns im nächsten video wieder macht es gut